Ja, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, nächste Woche ist Weihnachten und da gibt es für unsere heutige Club 3 Sendung eigentlich nur einen naheliegenden Gast. Er ist im richtig geraten, Kardinal Christoph Schönborn. Und unsere drei Chefredakteure von der Kronenzeitung, vom Kurier und vom Profil, die befragen ihn nicht nur dazu, wie in Zeiten von Corona und einer gespaltenen Gesellschaft überhaupt ein besinnliches Weihnachtsfest gelingen kann, sondern Sie sprechen auch mit ihm über handfeste Politik. Ich bin ja mal gespannt, ob Georg Weiland, Martina Salomon und Christian Reiner aus ihm rauskitzeln können, was er denn zum neuen Regierungsteam zu sagen hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Club 3 aus dem Wiener Rathauskeller. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Club 3 aus dem Wiener Rathauskeller. Mein Name ist Christoph Schönborn. Ich bin in Wien Erzbischof für die Erzdiözese Wien und 1945 in Böhmen geboren, in Österreich aufgewachsen. Ein Österreich-Fan. Es ist vor allem der Frieden in der Welt. Denn ohne den Frieden in der Welt können die Menschen und können auch wir nicht in Frieden leben das große Anliegen. Ein gesegnetes Weihnachtsfest. Frieden zu Hause, Frieden in unserem Land, Frieden in unseren Beziehungen und die Freude am Gegenseitigen schenken. Das Impfen ist absolut eine Sache der Nächstenliebe. Denn wir müssen vor allem die anderen schützen. Alle die Maßnahmen, die wir jetzt einhalten müssen, dienen dazu, andere zu schützen und anderen die Krankheit zu ersparen. Mehr als in den Medien die Rede ist. Ich glaube, es gibt sehr viel Solidarität. Meistens Unbemerkte, Unbeachtete und leider oft auch Unbedankte. Warum soll es nicht gelingen? Weihnachten letztes Jahr war unter schwierigen Verhältnissen. Wir haben trotzdem Weihnachten gefeiert in einem bescheidenen Rahmen. Warum soll es heuer nicht gelingen? Wir müssen uns nicht in Panik reden. Ich begrüße Sie zu einem Club 3. Unser Gast ist diesmal Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn. Willkommen. Danke. Und die Fragen mit mir steht Georg Weiland von der Kronenzeitung und Christian Reiner von Profil. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Kardinal, wir wollen zuerst einmal über die Impfpflicht reden. Sie haben gesagt, das ist keine Glaubensfrage in einem Interview. Was sagen Sie eigentlich Gläubigen, die sich fürchten vor einer Impfung oder die Sie vielleicht überhaupt ablehnen? Das ist eine weit verbreitete Situation, die man ernst nehmen muss. Menschen haben Angst. Es gibt relativ viele Menschen, die Angst vor dieser Impfung haben, vielleicht auch generell vor Impfung. Das muss man respektieren. Aber gleichzeitig muss die Regierung und die Sie beratenden Experten auf die Gesundheit aller schauen. Und es scheint eben doch so zu sein, dass ohne ein gewisses Maß an Durchimpfung der Bevölkerung diese Pandemie nicht zu überwinden ist. Ich kann als Nichtfachmann hier nur dem Urteil der Experten und der Verantwortung der Regierung vertrauen. Natürlich ist eine Impfpflicht, sie soll ja nur temporär sein für eine bestimmte Zeit, ist ein Eingriff in die Freiheit. Aber jedes Gesetz ist ein Eingriff in die Freiheit. Die Gurtenpflicht, die tausende Menschenleben gerettet hat, wurde und wird von vielen als unangenehm empfunden. Oder ich weiß nicht, das Rauchverbot. Ich war selber lange ein Raucher. Ich habe eigentlich bewundert, wie schmerzlos oder wie bereitwillig doch die Bevölkerung angenommen hat, dass in lokalen, in öffentlichen Gebäuden, selbst am Bahnhof, nur an ganz bestimmten Plätzen geraucht werden darf. Das war für mich in früheren Jahren völlig undenkbar. Also Beschränkung der Freiheit durch Gesetze, das ist eigentlich das Normale. Wir dürfen halt nur 130 auf der Autobahn fahren. Wer mehr schneller fährt, wird halt bestraft, wenn er erwischt wird. Herr Kardinal, ich fand in dem Zusammenhang einen Satz von Ihnen sehr spannend. Sie haben Kritik an einer neuen, wissenschaftsbezogenen Skepsis geübt. Nun sind wir sicherlich zumindest Jahrzehnte hinter der Zeit, als Wissenschaft und Religion als ein Widerspruch empfunden wurde. Aber dennoch ist es interessant, dass gerade Sie als Kardinal, als Oberhaupt der Diözese in Wien, die Kritik an der Wissenschaft und damit auch an der Impfung so herausstellen. Was heißt das im Zusammenhang zwischen Religion und Wissenschaft? Kein Widerspruch? Ist nicht Religion auch dafür verantwortlich, dass Wissenschaft derart in Frage gestellt werden darf? Das hat es immer wieder gegeben, ist aber sicher nicht die Hauptlinie des Christentums und ich würde auch sagen der anderen Religionen. Der Islam hat eine große wissenschaftliche Tradition gehabt, das Christentum. Christentum ist, das wage ich zu behaupten, das Christentum ist Pate gestanden an der Entwicklung der Wissenschaft. Denn da gibt es auch große Studien darüber, historische Arbeiten, die zeigen, dass eigentlich die Voraussetzung für Wissenschaft die Annahme ist, dass die Welt sinnvoll ist. Wie Einstein gesagt hat, das Erstaunliche ist nicht, dass wir die Dinge erkennen, sondern dass sie erkennbar sind. Das heißt, dass die Fragen, die die Wissenschaft an die Natur stellt, eine Antwort bekommen. Eine Antwort, die freilich nur lesbar ist für die menschliche Vernunft, die selber wiederum sozusagen ein Echo auf die Vernunft der Natur ist. Und das hat entscheidend zu tun mit dem Schöpfungsglauben. Das heißt, wir nehmen an, nicht wie im Neu-Platonismus oder in anderen antiken Philosophien, vor allem in der Gnosis, dass die Welt eine Katastrophe ist, die passiert ist, ein Absturz ins Chaos, sondern wir glauben, dass am Anfang das Wort der Logos die Vernunft war und dass hinter der Schöpfung Vernunft steht. Und was die Wissenschaftler machen, ist ja genau das herauszufinden, wie funktioniert die Logik dieses Virus. Und das ist nur möglich, wenn man experimentiert, wenn man Forschungsergebnisse austauscht. Darum halte ich es für einen fundamentalen Irrtum zu behaupten, dass die Scientific Community, die wissenschaftliche Gemeinschaft weltweit, hinter einer Verschwörung aufsitzt, die hinter der ganzen Impfgeschichte stehen soll. Die wissenschaftliche Community tauscht in kürzester Zeit alle Forschungsergebnisse aus untereinander. Keiner sitzt für sich alleine in seinem Labor, sondern versucht das zu kommunizieren, damit andere es überprüfen können. Und nur so war es möglich, dass innerhalb von kürzester Zeit, nämlich eigentlich von fünf Monaten, Biontech, sein Österreicher, der das gegründet hat, Christoph Huber, den ich persönlich kenne und schätze, sehr schätze, die seit Jahrzehnten geforscht haben über Impfstoffe gegen Krebs, die haben die Sequenz dieses Virus gesehen und gesagt, das wird brandgefährlich. Wir müssen sofort beginnen, mit einem Impfstoff, einen Impfstoff zu erforschen, zu entwickeln. Und sie konnten von Jänner bis Mai, bereits 2020, konnten sie bereits sagen, wir werden im November den Impfstoff haben. Christoph Huber hat mir gesagt, er betrachtet das eigentlich fast als ein Wunder, dass das in so kurzer Zeit gelungen ist. Und noch etwas muss man dazu sagen, allen unseren Skeptikern, unsere Bundesregierung und andere Regierungen in der Welt hätten nicht das Risiko eingehen können, so tief in die Verschuldung hineinzugreifen, wenn nicht die Aussicht da gewesen wäre, innerhalb relativ kurzer Zeit einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. Also da ist überhaupt nichts von Verschwörungen, von irgendwelchen Machenschaften, sondern das ist seriöseste wissenschaftliche Arbeit, die natürlich die Basis war dann für die Entscheidung der Politiker. Darf ich dennoch mal ganz kurz dieses Schönbild oder dieses Schönbornbild der katholischen Kirche hinterfragen? Es war schon so, dass an der Grenze des Mittelalters zur Neuzel oder auch später viele der Wissenschaftler exkommuniziert verfolgt oder wenn sie selber Priester waren, ausgeschlossen wurden aus der katholischen Kirche. Und es ist bis heute so, dass in christlichen Communities, vor allem in den Vereinigten Staaten, jene Schöpfungslehre gepredigt wird, wie sie im Buche steht, aber nicht, wie sie von der Wissenschaft mit Urknall vertreten wird. Also das Bild der Kirche könnte man auch in der Geschichte anders zeichnen. Das Bild der Kirche, wenn man es historisch genau betrachtet, steigt gar nicht so schlecht aus, denn die großen mittelalterlichen Denker, Thomas von Aquin, Albert der Große, waren die, die die Grundlagen gelegt haben, dass man überhaupt experimentelle Forschung zu betreiben begonnen hat. Also, aber das wäre ein langes Thema darüber. Und natürlich hat es nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft wissenschaftsfeindliche Tendenzen gegeben. Vor allem hat sich das dann gezeigt beim Hexenwahn, der nicht primär nur eine Sache der Kirche war. Das war ein gesellschaftliches Phänomen und es hat etwas Ähnliches mit dem heutigen zu tun, nämlich die Angst vor dem Unbekannten. Den Virus, den kann man nicht sehen, den kann man nicht greifen. Das ist unheimlich, der mutiert und das schafft Angst. Und in Angstsituationen, und wir leben zurzeit in einer solchen Angstsituation, da entstehen leicht pseudowissenschaftliche Ideen, Beschuldigungen, wie es in den Bestperioden war, Beschuldigungen, wer da eigentlich schuld ist an dieser Katastrophe, an dieser Epidemie. Aber das war nicht immer nur die Religion, das war einfach die gesellschaftliche Angst. Aber zu dieser Angst kommt ja heute noch dazu, eine Aggressivität, wie wir sie in unserem Kulturkreis bisher kaum gekannt haben. Wenn ich nur daran denke, Leute, die Impfgegner sind, das ist legitim, dass ich sage, okay, ich habe Angst davor. Aber es geht ja weit darüber hinaus. Es werden, wahrscheinlich wird es euch nicht viel anders gehen, selten, so oder kaum, so aggressive Reaktionen von enttäuschten Lesern bekommen, die sagen, ihr schreibt, man soll sich impfen lassen und das ist furchtbar, weil erstens, zweitens, drittens. Es geht ja auch über das wieder hinaus. Wenn Hilfskräfte oder Pflegekräfte attackiert werden, bedroht werden, werden vor Krankenhäusern Demonstrationen stattfinden und Rettungsautos blockiert werden, das ist ja nicht mehr in einem normalkritischen Spektrum unterzubringen, sondern es geht darüber hinaus. Was sagen Sie diesen Leuten? Ich vermute, dass es sehr schwer ist, sie zu überzeugen, wenn man in einer gewissen Blase lebt, sich ernährt, mental ernährt von Videos, die man natürlich massenweise im Internet finden kann und in dieser Vorstellungswelt lebt, dann hat man wirklich den Eindruck, dass hier Schreckliches an der Menschheit getan wird. Und aus dieser Aggression, aus dieser Angst, die dann Aggression erzeugt, entstehen Dinge, die, wenn man es nüchtern betrachtet, einem absurd erscheinen müssen. Aber so eine Spaltung ist ja nicht ohne. In einer Wohlstandsgesellschaft, die eigentlich medizinisch bestens versorgt ist, wo die Einkommenszahlen, wenn man das international-weltweit vergleicht, eigentlich sehr ordentlich sind. Und da wird der Eindruck erweckt, das ist die große Katastrophe und jetzt gehen wir unter. Ja, aber da darf ich vielleicht auch ein behutsames Wort an die Medien richten. Es ist schon auch eine gewisse Gefahr, dass die konzentrierte Aufmerksamkeit auf diese Phänomene den Blick verstellt auf die große Mehrheit der Bevölkerung, die hier sehr vernünftig reagiert, die alles akzeptiert, was an Schutzmaßnahmen erwartet wird. Ich bin immer tief beeindruckt, wenn ich in der U-Bahn fahre, dass die Menschen sich daran halten. Und es wird nicht gebrüllt, man spürt nicht eine Aggression, sondern es ist so. Wir müssen uns schützen, uns selber schützen, die anderen schützen. Und es ist ja doch die große Mehrheit der österreichischen Bevölkerung und weltweiter Bevölkerung ist auf dieser Linie. Deshalb kann man hier auch nicht eine gewisse Gelassenheit, leider Sorge ist wirklich da, aber es nicht übertreiben. Aber ich will da auch einhaken. Also wir haben alle die gleichen Erfahrungen. Man hat den Eindruck, dass es schon ein bisschen bestürzend zunehmend nimmt, die Spaltung der Gesellschaft. Und dass sich da ein paar sehr einbetonieren und dass da eigentlich eine möglicherweise sogar bis zu einer wirklichen Gewaltbereitschaft entsteht. Was kann die Politik vielleicht aus, was kann die Kirche? Sie haben auch uns Medien angesprochen. Was können wir alle miteinander tun, um diese Polarisierung wieder zu überwinden? Ja, erstens nicht mit Aggression reagieren, sondern maßvoll an die Vernunft appellieren. Manchmal hilft auch ein bisschen Humor, ein bisschen weniger Verbissenheit. Dann die Sachen situieren, wenn gesagt wird, das wird eine Diktatur, wir sind jetzt schon in der Nazi-Zeit. Dann bitte erinnert euch, was eure Großeltern, vielleicht sogar eure Eltern erlebt haben. Was es heißt, in einem Terrorregime, in einer wirklichen Diktatur zu leben. Entschuldigung, aber das, was wir heute jetzt erleben mit der Frage einer temporären Impfpflicht, das kann man doch nicht mit dem Nationalsozialismus vergleichen. Nicht einmal ein Hauch der Geschichte, der uns hier streift oder vielleicht ein Hauch. Aber vielleicht darf ich da einhaken, jenen Vergleich mit dem Nationalsozialismus hat ja absurderweise Herbert Kickl, der Chef der Freiheitlichen Partei, einmal oder mehrfach gezogen, indem er die Impfpflicht mit einer nationalsozialistischen Nazi-Maßnahme verglichen hat. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt sehr verbreitern sollten über die Freiheitliche Partei. Wir könnten auch allgemein über das Bild der Politik in Österreich im vergangenen Jahr, im ablaufenden Jahr oder in den Jahren davor sprechen. Herr Kardinal, Sie haben zuvor viel Verständnis für die Politik gezeigt, haben gemeint, Sie haben gut reagiert. Österreichische Innenpolitik zumindest sah in den letzten Jahren nun nicht gerade sehr konstant und stabil aus. Das Wechselspiel, um es mal so zu nennen, der Bundeskanzler war schon außergewöhnlich. Und die Italiener und Italienerinnen würden sich möglicherweise bei einem Vergleich wehren dagegen, dass dies keine italienischen Verhältnisse seien. Nun sind Sie, das ist eine Trennung von Kirche und Staat, aber dennoch erwartet man, und Sie machen das ja auch manchmal, dass Sie ein wenig kommentieren, was da in den politischen Österreichs los ist und los war. Sehr viel Vertrauen in die Politik und damit auch zum Beispiel in Pandemie-Maßnahmen konnte die Bevölkerung in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt fassen. Das ist sehr bedauerlich und es tut uns sicher nicht gut, wenn das Vertrauen in die politisch Verantwortlichen erschüttert wird. Aber auch da muss man unterscheiden. Ich habe, ja, da stehe ich dazu, ich habe Sebastian Kurz auch ein Wort des Dankes gesagt, wie er zurückgetreten ist. Das ist nicht ein Persilschein, das ist nicht eine Absolution von realen oder möglichen Fehlern, die er begangen hat in seiner Regierungsverantwortung. Aber ein bisschen Respekt vor denen, die ein politisches Amt übernehmen, das war zumindest früher doch irgendwie, das hat dazugehört. Und ich kann nur sagen, nachdem ich selber jetzt 30 Jahre in kirchlicher und 26 Jahre in leitender Verantwortung bin, jeder, der eine solche Verantwortung übernimmt, übernimmt etwas Schweres. Wir haben keinerlei Erfahrung gehabt mit einer Pandemie. Die österreichische Bundesregierung hat vergleichsweise, zumindest in der ersten Phase, glaube ich, schnell und gut und im Großen und Ganzen wohl auch richtig gehandelt. Dass das dann vielleicht etwas aus dem Ruder gelaufen ist, ist nicht verwunderlich, weil sich herausgestellt hat, dass dieses Virus unglaublich komplex ist. Plötzlich kommen Mutanten, wie geht man darauf ein, wie stellt man es, man hat gedacht, wenn wir den Impfstoff haben, ich habe es auch gedacht, dann ist das over, dann ist das vorbei. Plötzlich stellt man fest, naja, dieser Impfstoff ist gegen Delta und vielleicht jetzt gegen Omikron gar nicht so wirksam, wie man es erhofft hat. Da muss man sich neu darauf einstellen. Aber bitte haben wir doch eine gewisse Dankbarkeit denen gegenüber, die die Last solcher politischer Verantwortung tragen. Ich habe mit dem Gesundheitsminister, der dann zurückgetreten ist, ein langes Gespräch gehabt, was das für eine Belastung war. Und darum, glaube ich, ist es angemessen, ein gewisses Maß an Dankbarkeit zu haben, was nicht ausschließt, auch eine kritische Beobachtung. Und was für mich ganz wichtig ist, ich sage das, beten wir für die Männer und Frauen, die in der Verantwortung stehen. Genauso in der Wirtschaft, wenn du große Verantwortung hast, brauchst du auch große Stärke, Charakter und auch ein gewisses Wohlwollen. Ein zentraler Konfliktpunkt ist der Begriff der Freiheit, den die Impfgegner ja für sich in Anspruch nehmen und sagen, meine Freiheit wird bedroht, ich muss mich wehren. Welche Antwort gibt die Kirche darauf? Die Kirche gibt die Antwort, die die Philosophie seit eh und je darauf gegeben hat. Die Freiheit ist ein unglaublich kostbares Gut. Es hat nur eine Grenze an der Freiheit des anderen. Denn Freiheit ist nie absolut. Sie ist immer eingebunden in Verantwortung. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung, ohne Pflichten. Und die Pflicht, den Nächsten zu schützen, ist gerade in einer Zeit der Pandemie eine Bedingung dafür, dass wir miteinander Freiheit leben können. Es ist noch ein Teil der Frage eigentlich vom Christian Rainer offen geblieben. Wie sehen Sie, weil wir jetzt auch gerade von Verantwortung reden, wie sehen Sie da die Verantwortung der Freiheitlichen Partei? Weil in Wahrheit müsste die Opposition ja auch alles tun, damit man in dieser Situation nicht Öl ins Feuer gießt. Und genau das macht ja die Freiheitliche Partei momentan. Im Allgemeinen enthalte ich mich von Kommentaren über politische Gruppierungen und gehe aufs Grundsätzliche. Und gerade das, was ich Herrn Dr. Weiland gesagt habe, trifft hier zu. Natürlich ist es wichtig, dass es eine Versammlungsfreiheit, eine Demonstrationsfreiheit gibt. Aber die ist nicht ohne Verantwortung. Und von jeder politischen Partei erwarte ich, dass sie neben den eigenen Parteiinteressen und der Vertretung derer, die sie gewählt haben, auch die Verantwortung für das Gemeinwohl haben. Das ist das Maß, an dem Politik zu messen ist. Und wenn eine Partei, wenn es fraglich wird, ob sie mit dem, was sie propagiert, wirklich dem Gemeinwohl dient, dann ist wirklich Kritik angebracht. Vielleicht doch noch, vor wir vielleicht zu anderen Fragen gehen. Sie haben Sebastian Kurz im Gehen gedankt. Ich denke, das soll man tun. Und dennoch war er jener Bundeskanzler, der in den vergangenen zehn Jahren vielleicht die heftigsten Konflikte mit der Ideologie, dem Gedankengut, aber auch sehr konkret mit der katholischen Kirche aufgeworfen hat. Das war die Migrationskrise 2015, wo ganz klar war, wo die katholische Kirche, aber auch sie stehen und standen. In dieser Vehemenz nicht mehr seit dem Jahr 2000, als Caritas und Wolfgang Schüß aneinander geraten waren, bis zu dem Punkt, wo das unmittelbare Umfeld von Sebastian Kurz hohe Würdenträger der Kirche unter Druck gesetzt haben, was in Chatprotokollen belegt ist. Also vielleicht doch noch mal das Bild dieses Sebastian Kurz, Macht um der Macht willen, Migration. Sie haben irgendwo das Wort bei der Vorbereitung für die heutige Sendung verwendet. Wir produzieren aber durchaus im positiven Sinne auch Flüchtlinge. Also Sebastian Kurz, noch mal die Bilanz, Migration, Druck auf die Kirche. In diesem Punkt haben die Gespräche, die es regelmäßig mit dem Bundeskanzler Kurz gegeben hat, immer sehr deutlich einen unterschiedlichen Standpunkt gezeigt. Den haben wir nicht verschwiegen, den haben wir öffentlich gemacht. Das hat vermutlich der Regierung und dem Bundeskanzler nicht immer gefallen. Es hat durchaus auch kritische Reaktionen von Regierungsseite gegeben. Aber wir haben zum Beispiel immer wieder, ich habe persönlich mit den sukzessiven Innenministern immer wieder verhandelt über humanitäre Korridore. Man hat in der Flüchtlingsfrage zu Recht gesehen, dass das Schlepperwesen ein Problem ist. Und dass hier auch viel Kriminalität im Spiel ist. Das muss benannt werden, das stimmt. Aber gleichzeitig geht es ja in der Flüchtlingsfrage primär um die vulnerablen Menschen. Also die Personen, die in besonders bedrohter, besonders auch verletzlicher und verletzter Situation sind. Mit der Innenministerin Mikkel Leitner ist damals, das war noch vor 15, der humanitäre Korridor mit Syrien gelungen. Da wurde wenig in den Medien darüber gesprochen, aber es war sehr effektiv. 2.500 besonders gefährdete Menschen sind damals aus der Kriegszone Syrien nach Österreich gebracht worden. Ohne Schlepper, ganz koordiniert mit dem UNHCR, mit der UNO Flüchtlingshilfe. Wir durften uns beteiligen über unsere Caritas-Kontakte mit Syrien. Und das war eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Innenministerium. Diese Menschen sind heute bestens integriert in Österreich. Und wir haben halt immer wieder darauf hingewiesen, bitte optieren wir, entscheiden Sie sich bitte für humanitäre Korridore. Denn natürlich wird die Flüchtlingsfrage uns nicht verlassen. Das ist evident, die Weltsituation ist so, dass Europa nach wie vor ein Ziel für viele Menschen, die in der Migration unterwegs sind oder als Flüchtlinge unterwegs sind. Aber es gibt Länder wie Australien oder Kanada, vor allem Kanade, die eine sehr gute Immigrationspolitik machen. Die ganz gezielt auch vulnerable Personen aufnehmen. Warum hat Österreich diesen Weg nicht weiter beschritten, der gut begonnen hatte? Ich muss jetzt nur eine kurze Pause machen. Wir machen eine kurze Werbepause und kommen gleich wieder mit Kardinal Christoph Schönborn. Wir sind wieder zurück beim Club 3 mit Kardinal Christoph Schönborn. Die Frage hat der Gärg. Wir haben bei der Flüchtlingsthematik, haben Sie erwähnt, es gibt Länder, die das sehr geordnet hinbekommen. Und warum hat Österreich das nicht getan? Ich glaube, eine Wurzel ist auch bei der Flüchtlingsthematik immer die Angst vor einer Überfremdung. Und das spielt ja auch in der Religion mit hinein, wo man gelegentlich den Eindruck hat, dass es mehr Moslems gibt als Christen und, und, und. Jetzt stehen wir vor einem christlichen Fest vor Weihnachten. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, aber wie die wirklichen Zahlen sind, weil Sie daran auf die Medien angesprochen haben, man sollte da die Größenverhältnisse herstellen, zwei Drittel ist immer noch ein christlich-katholischer Inhalt. Und der Anteil der Moslem ist zwar gestiegen, aber in Österreich bei weitem nicht einmal noch bei den 20 Prozent. Und eine sehr stark wachsende Gruppe sind die ohne religiösem Bekenntnis, die sind wissentlich größer. Also die Relation ist noch gegeben und auch die Forscher zeigen, dass in den nächsten Jahrzehnten das Christliche immer noch eine Mehrheit haben wird, wenn diese Prognosen aufgehen. Wie halten Sie es mit den anderen Religionen? Grundsätzlich haben wir ein sehr gutes Miteinander. Wir haben jetzt gerade in der Pandemie alle Maßnahmen, die die Regierung beschlossen hat, gemeinsam geklärt unter den Religionsgemeinschaften in Rücksprache mit der Regierung und haben unsere Maßnahmen immer für alle Kirchen- und Religionsgemeinschaften, die in Österreich staatlich anerkannt sind, beschlossen. Das heißt, die Muslime, die Juden, die verschiedenen christlichen Kirchen haben die Grundsätze immer gemeinsam beschlossen. Und ich glaube, das hat sich sehr, sehr bewährt. Ich glaube, es ist ihm auch gut bekannt, wenn nicht sogar befreundet, mit dem ehemaligen Reifersen-Generalanwalt Christian Konrad, emeritiert, jetzt auch ein Kritiker der vergangenen Regierung gewesen. Und zu dem, was Georg Weilander gesagt hat, fällt mir ein Satz ein, den Christian Konrad zum 50-Jahre-Jubiläum vom Profil verwendet hatte. Ich hatte ihn gefragt, Christ, Moslem, Buddhist, es gibt da einen großen Unterschied. Und sein Satz, den ich nicht vergesse, ist, es ist ein Zufall der Geografie. Und es kommt nicht darauf an, wo man glaubt. Zufall der Geografie, was sagt der Kardinal Erzbischof dazu? Das stimmt natürlich, der Zufall der Geburt, dass ich in einem christlich geprägten Umfeld geboren bin, ist ein großer Unterschied. Wenn ich in Saudi-Arabien geboren wäre, wäre das anders. Und das muss man immer ernst nehmen. Darum ist es dem Papst Franziskus so wichtig, dass das Erste und Wichtigste ist nicht, welche Religion du hast, sondern dass wir Menschen sind. Diese Erklärung, die er mit dem Scheich von Al-Azara, also dem quasi Oberhaupt des sunnitischen Islam in Doha unterzeichnet hat, diese Karte der Fratellanza Universale, der universellen Geschwisterlichkeit, die ist genau darauf basiert. Zuerst einmal sind wir Menschen. Wir haben dasselbe Genom, wir haben dieselben Bedürfnisse, wir haben dieselbe menschliche Natur, wir haben dieselben Schmerzen. Es ist egal, ob es ein Moslem oder eine Christin ist, eine Verletzung tut überall weh. Und dieses gemeinsame Verbindende, das stärker herauszustellen, hilft uns auch in den natürlich vorhandenen kulturellen Spannungen und religiösen Differenzen. Das klingt alles sehr harmonisch und sehr gut verständlich. Wenn ich dem aber gegenüberstelle, dass rund 100 Millionen Christen weltweit verfolgt werden, was in der Öffentlichkeit gar nicht so bewusst ist, dann klappt doch einiges nicht. Und darf ich da noch ergänzen, ist da die katholische Kirche nicht auch ein bisschen blauäugig? Weil natürlich, Islam ist die deutlich dynamischere, aggressivere, kann man sogar sagen, sehr missionarischere Religion. Und haben Sie dann nicht auch ausgehend von diesen Christenverfolgungen auch Verständnis für Christen, die Sorge haben, dass der Islam die dominantere Religion ist in ein paar Jahrzehnten in Österreich? Vielleicht sogar in einer Generation, weil ja auch die demografische Frage eine Rolle spielt. Und muslimische Frauen kriegen viel mehr Kinder als christliche. Ja, diese Sorge teile ich natürlich. Ich teile diese Sorge aber natürlich auch mit der hohen Zahl der Kirchenaustritte. Wenn so viele in Österreich beschweren, wir wollen unsere Identität bewahren. Ja, aber diese Identität hat auch etwas mit dem Christentum zu tun. Wenn wir uns sang- und klanglos vom Christentum verabschieden, dürfen wir uns nicht wundern, dass Menschen, die sich von ihrer Religion, vom Islam nicht verabschiedet haben, natürlich mehr Profil haben, wenn ich so sagen darf. Warum ist das Christentum oder die katholische Kirche nicht mehr attraktiv? Hat sich die katholische Kirche sowie die Sozialdemokratie zu Tode gesiegt? Oder liegt es daran, dass Religion und westliche Aufklärung nicht mehr gut zusammenpassen? Oder liegt es in Österreich speziell schon auch an der katholischen Kirche in Österreich und an Skandalen, die vor allem in den 90er-Jahren aufgeflogen sind? Es ist ein Gemisch aus all dem. Ich erinnere nur diskret daran, dass die Kirche seit 2000 Jahren totgesagt wird. In jedem Jahrhundert hat es eine Phase gegeben. In der Aufklärung im 18. Jahrhundert, im Kulturkampf im 19. Jahrhundert, in den großen Ideologien. Stalin hat verkündet, er wird den letzten Popen am Fernsehen zeigen. Khrushchev hat das noch gesagt. Vom Sowjetkommunismus ist nichts übrig geblieben. Hitler hat sich an die Stelle von Christus gesetzt, weil das Heil durch ihn kommt und nicht durch Christus. Von Hitler ist außer einem grauenhaften Mord an sechs Millionen Juden und vielen Millionen von anderen Menschen nichts übrig geblieben. Aber das Christentum lebt. Es geht durch Krisen, weil das Christentum genauso aus Menschen gemacht ist wie andere Religionen. Aber ich bin persönlich zutiefst überzeugt, dass erstens das Phänomen der Religion nicht untergeht. Weil der Mensch zutiefst religiös ist. Das hat mein Vorvorgänger, Kardinal König, das war sein Lebenswerk zu zeigen, dass Religiosität eine Grunddimension des Menschen ist. Aber speziell das Christentum hat eine tiefe innere Kraft, die natürlich nicht nur kulturell ist, sondern die hat etwas zu tun mit, ich sage halt das Wort, mit dem Geheimnis des Christentums. Da ist eine andere Dimension. Und deshalb bin ich überzeugt, dass das Christentum zwar regional vielleicht Niedergänge erlebt. Die Türkei war einmal zur Gänze christlich, Nordafrika war zur Gänze christlich. Das ist ganz, da ist das Christentum fast zur Gänze verschwunden. Aber Afrika hat erst seit 100 Jahren das Christentum kennengelernt, auch nicht immer nur glücklich, aber das Christentum ist unglaublich vital in Afrika. Wenn das Christentum so vital ist, ist es umso verwunderlicher, dass in Österreich, weil wir über die Politik gesprochen haben und das Verhältnis der Politik zur Religion, bei einem Gesetz, wie wir es jetzt erlebt haben, mit der Sterbehilfe, nicht gefragt wird. Ja, wir haben eine sehr klare Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf gegeben. Und ich muss sagen, so sehr man anerkennen kann, dass die Legisten, die das Gesetz entworfen haben, sich bemüht haben, das auf möglichst niedrigem Niveau zu halten, die Freigabe der Euthanasie, des assistierten Suizids. Aber alle unsere Einwände, die sehr gut begründet waren, sind vom Tisch gewischt worden. Das tut weh, aber wir werden eben anders handeln. Die Hospizbewegung ist in Österreich stärker als in den meisten europäischen Ländern. Das ist ein Werk der Caritas, das ist ein Werk von vielen christlichen Einrichtungen und auch von säkularen Spitälern und Gott sei Dank hat die Regierung in dem Gesetzesentwurf auch eine massive Stärkung der Hospizbewegung versprochen, auch eine finanzielle. Das heißt, das berühmte Wort von Kardinal König, der Mensch soll nicht durch die Hand eines Menschen sterben, sondern an der Hand eines Menschen. Und das ist die österreichische Linie gewesen bisher, bis zu dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, über das mich zumindest sehr verwundert war und das halt jetzt hier die Tür ein wenig geöffnet hat in Richtung Euthanasie. Aber die Hospizbewegung ist stark in Österreich. Die Sterbebegleitung ohne aktive Sterbehilfe ist stark in Österreich. Aber hätte man nicht vorher oder hätten Sie darauf bestehen müssen, dass man eben, weil Sie das Hospizwesen erwähnen, das ist ja sehr stark spendenfinanziert, das hat eigentlich nicht jeder automatisch einen gesetzlichen Anspruch drauf, hätte es das nicht zuerst geben müssen. Also gesetzlicher Anspruch auf ein öffentlich finanziertes Hospizwesen und dann erst Sterbehilfe. Ja, das haben wir seit Jahren immer wieder thematisiert. Wir haben auch seinerzeit beim Verfassungskonvent gebeten, dass das in den Verfassungsrang erhoben wird. Der Weg der Hospiz, also der Sterbebegleitung, der Palliativmedizin, der Sterbebegleitung. Aber immerhin, es ist in Österreich bis zu diesem Verfassungsgerichtshoferkenntnis, ist das der gemeinsame Weg gewesen. Es gab auch einen Allparteienkonsens, dass Österreich diesen Weg geht. Darum bin ich zumindest hoffnungsvoll, dass die Palliativmedizin gestärkt werden soll und die Hospizarbeit, die mobile und die stationäre Hospizarbeit eine Priorität bekommt. Sie hatten in diesem Zusammenhang als Kritik an dem Gesetzentwurf gesagt, das Leben sei ein unverfügbarer Wert. Schönes Wort. Aber warum ist das Leben unverfügbar für jenen, der es lebt? Also warum kann ich nicht darüber entscheiden, was ich mit meinem Leben tue und es beenden, wenn ich das beenden will? Das geschieht immer wieder. Es ist in sehr vielen Fällen eine auch durchaus tragische Situation und wirft sehr oft die Frage auf, die bedrängende Frage, haben wir genug getan, um ihm oder ihr zu helfen, nicht zu diesem Schritt greifen zu müssen. Aber kann es nicht diesen Punkt geben, wo genug getan wurde und dann entscheidet ein Mensch über sein eigenes Leben? Darum geht es ja eigentlich. Wir entscheiden täglich über unser eigenes Leben. Wer sehr ungesund lebt, entscheidet über sein Leben. Diese Freiheit haben wir. Aber das ist dann nicht Vorsatz, das ist Fahrlässigkeit. Und darum haben Sie aufgehört zu rauchen zum Beispiel. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich bin sehr dankbar, dass es mir gelungen ist. Aber Entscheidung über das eigene Leben zu einem Punkt, wo man lange darüber nachgedacht hat, von vielen Seiten beraten wurde, es eine Wartefrist gab. Warum ist das nicht möglich? Warum kann ich nicht darüber üben über mein Leben? Es ist möglich, es passiert ja laufend. Suizid ist sehr häufig in unserem Land. Aber bei der Sterbehilfe geht es ja um einen Suizid am sehr späten Punkt. Aber eine Kultur des Sterbens ist sicher dort sehr schön verwirklicht, sehr eindrucksvoll verwirklicht, wie ich es gerade dieser Tage erlebt habe, mit einer Familie, die den sterbenden Vater wirklich begleiten konnte. Die Familie war um ihn versammelt. Er ist im Gegenwart der ganzen Familie gestorben. Das ist ein hoher Wert. Denn der letzte Moment des Lebens ist genauso wichtig wie der erste Moment des Lebens. So wie die Geburt ein Wunder ist, so ist das Sterben ein Moment, der in der ganzen Menschheitsgeschichte immer mit Riten umgeben war, mit Vorsicht umgeben war. Und wenn man von in Würde sterben spricht, dann denke ich besonders an solche Situationen, wo jemand nicht alleine sterben muss, wo er an der Hand seiner Angehörigen sterben darf. Das ist wirklich ein Sterben in Würde. Die Hospizbewegung ist, glaube ich, allgemein anerkannt und vorbildhaft. Es geht aber um viele praktische Fragen, auch was du angesprochen hast. Da liegen Leute im Sterben oder sind so von Schmerz geplagt, dass sie sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Vielleicht sagt man es am nächsten Tag, will man doch wieder. Zweitens, wenn ich da weiter liege in dem Spital, das ist alles sehr teuer, das kann ich euch nicht antun. Ich nehme eine Assistenz für das Sterben in Anspruch, was bis jetzt in der Form nicht gegangen ist, oder nur für sehr Reiche, die ins Ausland gefahren sind und es dort vollzogen haben. Aber ich kenne das von anderen Ländern, das sind sehr viele praktische Fragen, die überhaupt nicht intellektuell abgehandelt werden, sondern im engsten Familienkreis. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele der Beschäftigten in der Hospizbewegung sagen, da machen wir nicht mit. Das ist uns ganz wichtig gewesen und das respektiere ich auch beim Gesetzgeber. Wir haben gesagt, und es steht auch so im Gesetz, dass niemand dazu gezwungen werden kann, individuell oder auch als Institution. Also Seniorenheime oder Pflegestationen, die kirchlich betreut sind, können nicht dazu gezwungen werden, das in ihrem Rahmen zu praktizieren. Natürlich stellt sich dann trotzdem die Frage, und was ist, wenn jemand in einem kirchlichen Pflegeheim trotzdem das wünscht? Wie wird man damit umgehen? Darüber reden wir natürlich intern, dass man so jemanden nicht auf die Straße setzen wird in der letzten Lebensphase, aber doch versuchen wird, eine Hospizbegleitung anzubieten, damit das Sterben nicht ein gewaltsamer Akt ist, sondern geschehen kann. Wir sprachen zuvor über die mangelnde oder vielleicht nicht mangelnde Attraktivität der katholischen Kirche oder des Christentums. Nun sind die Beispiele, die ich jetzt bringen werde, vielleicht nicht unbedingt in Relation zum Beispiel zu Muslimen passend, weil ich möchte gerne ein bisschen über das Frauenbild sprechen, vielleicht auch über die Frage Beziehungen. Da gab es auch von Ihnen Kritik an einer, ich glaube, einen Schriftsatz der Glaubenskongregation, wonach Segnungen homosexueller Paare nicht erlaubt sind. Und Sie haben gar nicht sehr zwischen den Zeilen gesagt, dass Sie damit nicht sehr glücklich sind, dass die Kommunikation nicht besonders gut war. Umgekehrt, das Frauenbild der Kirche, aber vor allem die Funktionen, die Frauen in der katholischen Kirche einnehmen können, das ist schon ein bisschen Mittelalter. Warum bewegt sich da so wenig? Ich weiß nicht, ob das sehr Mittelalter ist, denn im Mittelalter war die Position der Frauen zum Teil sehr viel besser als etwa im 19. Jahrhundert. Wir sind jetzt hinter dem Mittelalter. Wir sind in gewisser Weise im 19. Jahrhundert hinter dem Mittelalter gewesen. Die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen im Mittelalter geschäftsfähig waren, da gibt es viele Studien darüber. Also das Bild der Frau im Mittelalter ist nicht das Mittelalter, von dem wir heute reden, wenn wir sagen, man fällt ins Mittelalter zurück. Das ist natürlich ein fundamentales Thema der Gesellschaft und natürlich auch der Kirche. Es ist ein Thema aller Religionen. Denn schauen Sie herum in den Weltreligionen. Die sind, was die Leitung betrifft, soweit ich einen Überblick habe, durchgehend Männerdominiert. Warum das so ist, da muss man eigentlich mit Religionswissenschaftlern darüber reden. Aber die katholische Kirche in Österreich ist zum Beispiel hinter der protestantischen oder evangelischen Kirche, hinter dreien Bischöfinnen sind Normalfall hier. Aber völlig unabhängig davon, stimmt schon, es gibt nicht viele weibliche Imame, nämlich vermutlich gar keine. Aber warum muss man sich mit anderen Religionen vergleichen und sagt nicht einfach, es ist absurd, dass es keine Bischöfinnen gibt, dass es keine Päpstin abseits der Literatur geben darf. Warum kann Ihr Nachfolger nicht eine Nachfolgerin sein? Ich verstehe die Argumente sehr gut. Ich glaube, von der theologischen Seite her ist es eine schwere, eine harte Nuss. Was mich stört, daran ist oder einfach, was ich empfinde, wenn man beobachtet, wie in vielen Pfarrern, wie viele Frauen als Leistungsträger im wahrsten Sinne des Wortes tätig sind. Unauffällig, unbedankt, aber es funktioniert und jeder hat Respekt davor. Wenn es aber darum geht, ob man auf Wienerisch gesagt eine bessere hierarchische Stufe erreichen kann, dann wird es theologisch, dann wird es schwierig. Gegenargument zu dem, was du gesagt hast bei den Protestanten, natürlich ist es dort freier, kann gewählt werden. Die Ergebnisse, wenn ich es sportlich vergleiche, sind auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt... Das ist zumindest theoretisch möglich, aber der prozentuelle Anteil in Leitungsfunktionen ist sehr gerinnend, was der Herr Kardinal auch gesagt hat. Aber wo sind da die Stolpersteine? Ist es eher im Theologischen, in der Struktur, in der Entscheidungsstruktur der Kirche? In den Pfarrern kann es nicht liegen. Dort haben die Frauen ihre Rolle. Mitmachen dürfen sie. Und tun sie auch. Natürlich, das Thema ist, bei jedem Schulbesuch kommt es... Wir haben noch drei Minuten, das wird wahrscheinlich nicht reichen, aber... Ich gehe viel in Schulen und natürlich kommt dieses Thema jedes Mal. Ich rege einfach an, dass wir eine grundsätzliche Reflexion darüber brauchen, warum steht auf der ersten Seite der Bibel, er schuf sie als Mann und Frau nach seinem Bild. Das ist die einzige Differenzierung, die klar auf den Willen Gottes zurückgeführt wird. Das ist jetzt keine Antwort, was konkret das heißt, was die Frau machen muss und was der Mann machen soll, sondern nur die Tatsache, wir sind alle, alle hier in diesem Raum und alle, die jetzt zusehen, sind von einer Frau geboren. Punkt. Das ist so. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Was wir brauchen, eine Reflexion ist, was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich schließe nicht daraus praktische Konsequenzen, aber ich staune darüber, es gibt das herrliche Musical My Fair Lady, wo Professor Higgins singt. Why can't a woman be like me? Warum ist die Frau anders als der Mann? Warum ist das so? Und das ist ja etwas Herrliches. Daraus habe ich jetzt keine Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben, aber eine Anregung zur Reflexion. Das heißt, es obliegt dem Vatikan und nicht Ihnen darüber zu entscheiden. Nein, es obliegt uns allen darüber nachzudenken, was ist das Wunder, dass wir als Mann und Frau existieren. Warum ist das so? Also wir können jetzt nicht damit rechnen, dass Ihr Nachfolger eine Nachfolgerin ist, aber ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, sind Sie jetzt 30 Jahre und etwa 80 Tage Bischof. Vor zwei Jahren hat Ihnen der Papst unmissverständlich gesagt, dass er Sie vorläufig und auf unbestimmte Zeit verlängert. Wie lange ist das Ihrer Sicht, diese unbestimmte Zeit einzuschätzen? Das heißt, wann wollen Sie in Pension gehen, um es etwas einfacher zu drücken? Naja, es steht eine Synode an. Der Papst hat mich auch in den letzten Synoden immerhin hineinberufen und ich glaube, es ist ihm nicht unwichtig, dass ich da dabei bin. Ich muss nicht aktiver Erzbischof von Wien sein, um 2023 an der Synode teilzunehmen, aber wahrscheinlich will er, dass ich da noch teilnehme. Aber das steht, ist in Gottes Hand und dort ist es gut untergebracht. Es wird, eines weiß ich mit Sicherheit, ich werde einen Nachfolger haben. Vermutlich nicht eine Nachfolgerin. Die übernächste dann. Da sind wir dann am Ende angekommen unserer Sendung. Wir wünschen Ihnen alle und auch euch frohe Weihnachten. Danke, Herr Kardinal, dass Sie so lang und geduldig mit uns diskutiert haben. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Eine Denkaufgabe hat uns der Kardinal jetzt über Weihnachten mitgegeben. Wir sprechen gleich noch über die Lösungsansätze. Willkommen zurück bei Club 3. Ja, die Denkaufgabe, die uns der Kardinal noch mitgegeben hat, war, warum kann ich nicht die Nachfolgerin von ihm werden? Na, da hat er sich sehr bedeckt gehalten, das stimmt. Weil er weiß, dass es völlig unrealistisch ist. Und da braucht er eigentlich, selbst wenn er es sich wünschen würde, ist es völlig unrealistisch. Aber liegt das an mir oder liegt das an etwas anderem? Also warum kann keine Frau nachfolgen? Ich glaube, dass das sehr wohl am Geschlecht liegt. War schon vor Schönborn, waren schon Kardinäle, die sich gewünscht hätten, die Rolle der Frau zu stärken innerhalb der Kirche. Und jetzt muss man sich das wie einen großen Crash vorstellen. Eine über Jahrtausende gewachsene Struktur der Männerwelt. Und da sollen jetzt plötzlich Frauen eine besondere Rolle einnehmen. Mich stört eben nur, und da glaube ich, habe ich schon Verständnis bei ihm gefunden, weil man Frauen arbeiten lässt für die Kirche, in der Kirche, alles wunderbar. Aber Karriere, das ist eigentlich nur ein Ausnahmefällen, wenn man für Bildungspolitik, für Sozialinstitution tätig ist, da geht das. Aber wenn es um Glaubensfragen geht, da bleiben die Männer unter sich. Und da ist mir das ein bisschen dann zu kurz erschuf, Schuf, Mann und Frau. Also da liegen schon Jahrtausende dazwischen in einer Entwicklung, die man sich im heurigen Jahr schon auch vorstellen könnte. Ich tue mir da beim Kardinal Schönborn manchmal ein wenig schwer. Und ich glaube, er tut sich genauso schwer, und zwar mit derselben Frage. Nämlich, wie modern kann ich, in dem Fall er, sein? Und wie sehr geht das nicht? Einerseits, weil du sagst, Georg, er ist natürlich Realist und weiß, er wird nicht nur keine Nachfolgerin haben, sondern auch fünf Erzbischöfe. Nach ihm wird es keine Bischöfin sein. Also da ist er Realist und er weiß auch, er könnte da ein bisschen was zerstören in dem Gesamtgefüge. Davon abgesehen aber im Grunde genommen bleibt er ein Konservativer und ist kein Revolutionär. Er ist zwar sehr menschlich und bei dieser anderen Frage, Homosexualität, keine Segnung, das hat er nicht wirklich verstanden. Nur da müsste er institutionell nichts ändern. Er ist ja gegen eine Ehe, aber ist für eine Segnung der Homosexuellen. Und bei der, ich habe eigentlich schon den Eindruck, dass er, wenn er von Adam und Eva spricht, dass er Frauen nicht nur als ein anderes Wesen, sondern auch mit nicht denselben Fähigkeiten wie Männern ausgestattet sieht. Und das ist schon eine sehr konservative Sicht. Wobei es ja in der katholischen Kirche auch im Mittelalter einen weiblichen Abt gab, ganz berühmte Äbtinnen gab. Äbtistinnen gibt es ja auch heute, natürlich. Also in Wahrheit, der Georg hat natürlich völlig recht, das ist ja eine totale Ungerechtigkeit auch, dass die Frauen ist nicht aktiv, zum Teil aktiver sind auch als die Männer und keine, da eine wirklich gläserne Decke haben. Wie würde man das quantitativ einmal einschätzen, da gewinnen die Frauen souverän in den Pfaden. Mit der gesamten Seelssorge. Hat er ja diese Denkaufgabe tatsächlich uns mitgegeben. Also er hat die Frage dann wieder zurückgegeben an uns eigentlich als Gesellschaft. Er hat gesagt, darüber müssen wir nachdenken. Was kann jetzt die Lösung sein aus so einem Denkprozess? Ist es einfach so? Müssen wir uns damit abfinden? Oder gibt es tatsächlich einen Weg in die modernen Kirche? Aber die Kirche ist ja völlig hierarchisch organisiert. Und die wirklich wichtigen Kirchen sind ja auch nicht in Europa, sondern anderswo. Und anderswo sind die deutlich konservativer. Also es ist völlig unrealistisch. Also die anderen katholischen Umfälle, Südamerika, der Papst, kommt auch nicht aus Dänemark. Wir können schon der Stachel bleiben. Aber man muss ein Realist auch sein. Das werden wir vermutlich nicht ganz erleben. Aber vielleicht in der Zukunft muss man optimistisch bleiben. Ich glaube, die katholische Kirche wird wegschrumpfen, auch wenn er das heute nicht so sehen wollte und gemeint hat. Es gab immer ein Auf und ein Ab und ein Auf. Aber in Afrika hat er schon richtig verwiesen. In Afrika ist das relativ stark. Aber die Quantität des Wachstums in Afrika steht in keiner Relation zum Schrumpfen in Westeuropa. Nein, es kommt ein afrikanischer Papst. Es sind sehr, sehr viel weniger zusätzliche Katholiken in Afrika. Und da während er es gesagt hat, hat er sich auch schwergetan. Weil natürlich plötzlich ist ihm eingefallen, naja, das Missionieren in Afrika ist nicht immer so ganz unblutig gewesen. Man hat sehen, es hat sich kurz selbst geschreckt. Nein, die katholische Kirche wird wegschrumpfen, weil sie nicht zu den westlichen Gesellschaften passt. Aber in ihrem Rahmen manchmal. Auf der anderen Seite die große Konkurrenz an Freikirchen, wenn ich mir Brasilien anschaue, die blühen, die übergehen. Also mit einer ähnlichen Botschaft, nicht ganz dergleichen, nicht ganz dergleichen Hierarchie. Also da gibt es schon Herausforderungen für die Kirche. Und ein Papst, der nicht aus Europa kommt, ist für mich schon vorstellbar. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, wenn die Pandemie... Ja, sowieso, aber auch in Folge. Stimmt, aber aus Afrika, ja. Aber bei Nostradamus kommt da jetzt nicht der schwarze Bischof. Aber der schwarze Papst. Aber ich glaube, man muss auch irgendwie sehen, dass es durchaus ja auch in Europa eine andere Geschichte geben kann. Die Pandemie kann die Wirtschaft runterreißen. Wir haben keine... Es kommt eine Massenverelendung, soziale Konflikte, Verarmung. Ich würde sogar sagen, in so einem Fall hat die katholische Kirche dann wieder mehr Kraft wahrscheinlich. Jetzt sind wir natürlich sehr eine Wohlstandsgesellschaft. Da ist die Religion nicht so wichtig. Ja, wobei heute ist es für mich nicht so ganz rausgekommen. Der Kardinal hat es einmal angesprochen, dass die Kritiker sehr laut sind. Die werden auch von uns wahrgenommen, natürlich. Auf der anderen Seite sehr viele sich positiv einfügen in das Gesamte. Und von denen hört man relativ wenig. Ob das beim Impfen ist oder in anderen Glaubensfragen etc. auch Sozialverhalten. Da ist schon etwas, wo wir auch gefordert sind, diese mehrstille Mehrheit nicht zu übersehen und nicht nur den Schreiern nachzulaufen. Aber um das vielleicht noch einmal aufzugreifen, hilft die Corona-Krise der Kirche oder ist es wurscht? Ich glaube, es hilft eher den Aluhut-Trägern und Trägerinnen und der FPÖ, über die wir heute auch sprachen. Da war ja das Einzimtus aufgegriffen. Oder wir haben es alle aufgegriffen, weil er hat Nazi-Vergleiche, die bei der FPÖ waren. Aber insgesamt hilft es meiner Meinung nach der katholischen Kirche gar nicht. Sondern die Anthroposophen, Homeopathen, Aluhut-Träger haben da ein Fundament bekommen, das sie sonst nicht hatten und besetzen die Ringstraße. Dort eher passiert jetzt so einiges. Also die Wissenschaftlichkeit und das Wissen, dass es hier sehr schnell eine Impfung gab, die eigentlich dazu führen sollte, dass die Menschen mehr Vertrauen haben in die Wissenschaft, kippt ins Gegenteil. Apropos Wissenschaft, da hast du natürlich recht. Also die Verfolgung von der Wissenschaft. Das war absurd, das verteidigt er da auch noch. Das verstehe ich auch nicht ganz, weil er ist ja ein Intellektueller und sehr gescheit, warum er da nicht auch zugegeben hat, dass da unfassbare Fehler passiert ist. Also ich sage nur, die Erde ist eine Scheibe. Ja, ein heliozentrisches Weltbild. Und es ist schon richtig, das waren ja oft Priester, die allerdings dann nicht mehr lange in der Öffentlichkeit waren. Also dass er da nicht das gemacht hat, was jetzt der neue Bundeskanzler zum Beispiel sagt, wir haben Fehler gemacht, entschuldige mich. War schon ein bisschen absurd. Oder es war vielleicht Altersmilde gegenüber der eigenen Kirche. Aber ist vielleicht das auch so ein bisschen mit ein Grund, warum die Kirche in einer Zeit, wo alles unsicher ist, also wo die Kirche eigentlich abräumen müsste, dann doch nicht reüssieren kann und eigentlich so ein bisschen im Stillstand verweilt? Nein, ich bin optimistischer, was die Zukunft der Kirche betrifft. Es schmilzt ab. Es schmilzt aber langsamer ab, als in der Öffentlichkeit vermeint wird. Darum habe ich das Beispiel gebracht, auch in den nächsten Jahrzehnten wird die katholische Kirche die Mehrheitsreligion in Österreich bleiben. Egal ob Muslime oder Orthodoxe und, und, was sehr stark steigt, sind die ohne religiösem Bekenntnis. Und das ist für die Kirche viel schlimmer von der Zukunftsperspektive als eine Kirchenfeindlichkeit, wenn es den Leuten auf Wienerisch gesagt hat, wurscht es. Ich kenne das aus den Niederlanden, dass es früher ein sehr katholisch-progressives Land war. Und wenn man heute dorthin geht, in eine Kirche reingeht, den Jungen, es ist egal. Das ist kein Thema. Über das regt man sich gar nicht auf. Und das ist viel schlimmer. Und darum ist, glaube ich, Corona-Krise schon eine Chance, zumindest über Lebensfragen nachzudenken. Es ist doch vielen von uns so gegangen, wenn man plötzlich eingesperrt ist und sagt, rausgehen darfst du nicht. Soziale Kontakte, die du gerne hast, darfst du nicht. Vieles, was man gerne gemacht, darf man nicht. Hm, was ist das Leben eigentlich? Und da drüber, über den Tellerrand der Tagesereignisse, drüber zu denken, eigentlich, wofür lebe ich? Kardinal König sind wir dann wieder bei seinen Lebensfragen. Das, glaube ich, ist ein bisschen ein Weckermin für die Kirche. Ja, aber die Jungen schauen sich dann vielleicht eher ein YouTube-Video an, als sich dann eine Stunde Club 3 mit Kardinal Schönborn vielleicht anzuhören. Die sind wegen uns da. Die sind natürlich wegen uns da. Aber schafft da die Kirche in Zukunft den Sprung, dass man auch irgendwie die Jungen abholt? Also ich habe jetzt da in dem Gespräch keinen Anhaltspunkt. Nein, das schafft sie überhaupt nicht. Und ich glaube, es gibt ja eine ganz große, auch bei den Jungen, Sehnsucht nach Spiritualität. Und die kann die Kirche überhaupt nicht befriedigen. Sie zieht sich sehr auf die reine Lehre zurück. Sie ist sehr steif, sehr männlich. Und ich glaube schon, da wäre ein großes Feld vorhanden. Die Leute gehen dann eher zu den esoterischen Klangschallentrommlerinnen als zur Kirche. Und das ist schon ein Vakuum, das eigentlich da wäre, das die Kirche nicht fühlen kann. Da ist die Kirche aus meinem praktischen Befinden und Beobachtungen ziemlich wehrlos. Diese Diskussion, die wir jetzt führen, fast in allem Pfadern läuft die. Wir schauen, da waren lauter alte Leute drinnen. Wo sind denn die Jungen? Nein, wir müssen für die Jungen was machen. Und dann machen die Älteren für die Jungen was, was natürlich für die Jungen überhaupt nichts ist. Das ist so, als würden wir jetzt etwas machen auf TikTok oder auf einem YouTube-Channel für die Medien, die wir machen, unmöglich. Das soll es in der Medienbranche auch geben. Das sind aber Medien, die nicht wahnsinnig zukunftskräftig sind. Also die Leute, die das aktiv bei uns machen, sind natürlich jung. Aber geht es nicht auch darum, da sitzt der wirklich sympathische Kardinal Erzbischof mit 75 Jahren oder 76 Jahren und ist der oberste Repräsentant der Katholiken in Wien, 25 Jahre lang auch als Vorsitzender der Bischofskonferenz. Alles, was wir heute bei aller Sympathie gesehen und gehört haben, wird doch weder zur Spiritualität in dem Sinne, wie du es meinst, anregen, noch in irgendeiner Form das Weltbild von jungen oder jüngeren Menschen treffen können. Sympathisch ja, aber das wäre so, als hätte die ÖVP, der Andreas Kohl ist 15 Jahre jünger, aber den Andreas Kohl jetzt als den jungen Menschenfänger geholt, um die Basis zu verbreiten. Aber interessant ist, dass zum Beispiel die orthodoxen Kirchen auch in Wien Zuwachs haben und die katholische Kirche die eine oder andere Kirche an die Orthodoxen weitergegeben hat, weil da ein Wachstum da ist. Das ist zum Teil durch Migration. Durch Zuzug ganz stark. Mehr Kinder haben, aber sie gehen auch. Kinder haben die anderen ja auch, aber dort funktioniert es. Und wo der Kardinal immer großen Wert darauf gelegt hat, war der Kontakt zu den jüdischen Gruppierungen, den pflegt er sehr bewusst. Und ich finde es auch gut, dass das Spektrum, und da ist Wien ein guter Platz oder Österreich ein guter Platz. Aber wenn du in die Synagoge in Wien zum Beispiel gehst, und du gehst da gern hin, die Hälfte der Menschen, die dann dort sitzen, auf die Frage, naja, bist du gläubig? Nein, warum? Sitzen aber dort. Das ist nicht unbedingt so in den katholischen Kirchen. Aber wahrscheinlich wird uns jetzt auch noch Kardinal Schönborn zuhören, dann später, nach dieser Runde. Was kann man ihm vielleicht mitgeben? Was kann man denn besser machen, um tatsächlich auch wieder mehr Menschen zur katholischen Kirche zu locken? Näher an die Schäfchen heranrücken. Die Kirche ist sehr abgehoben. Und ich glaube schon, auch die Kirche in Österreich hat zum Beispiel überhaupt kein Herz mehr dafür, dass die Leute, wir haben es eben in der Migration angesprochen, schon Ängste haben zum Beispiel. Also sie ist auch sehr nach links gerückt. Sie ist ja zur Caritas-Kirche geworden. Und auf das wirkliche Sorgen und Nöte der Leute geht sie, finde ich, schon zu wenig ein. Mit der Caritas und Sorgen, das wäre ja noch irgendwas. Mein Problem ist, in Vorbereitung auf diese heutige Sendung, wenn man mich angeschaut, die Bischöfe in Österreich, alte, weiße Männer, aber zum Teil sehr alte, weiße Männer, wenn das die Repräsentanten sind, die auch nicht unbedingt jetzt die großen Redner sind oder Vermittler sind. Schönborn war ja mal, ist ja natürlich noch immer ein großer intellektueller Vermittler, konservativ. Man hat auch immer gesagt, er ist zu sehr intellektueller eigentlich. Aber die Bischöfe in Österreich nicht. Ja, aber der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Bischof Lackner, war ja mal Elektriker und kam ja quasi aus dem realen Leben. Von dem habe ich mir eigentlich mehr erhofft noch. Der könnte auch anders reden. Also ganz praktisch. Entschuldige, ob das Bild, dass die weißen Männer, die dort sind, das ist, was die Kirche wirklich ist, würde ich in Frage stellen. Aber sind die Chefs? Natürlich, aber für mich ist Kirche im Pflegedienst. Wenn ich mir viele im gar nicht prominenten Umfeld anschaue, wie viel Gutes gemacht wird, dieses Vertrauen zu haben, dass das auch einmal jene Funktionäre hat, die das weitertragen oder wachsen lassen, das wäre meine Botschaft. Ich bin bei dir, aber da müssen die Chefs auch irgendwie repräsentieren, das, was der Unterbau macht. Ich nehme mit, Frauen, Junge müssen her, vielleicht auch ein TikTok-Account, also vielleicht geben wir das weiter an Kardinal Schönborn. Ein gratis Weihnachtstipp als Geschenk zu Weihnachten. Frohe Weihnachten. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Jahr mit Club 3. Danke auch an Sie zu Hause, dass Sie wieder mit dabei waren. Das war unsere letzte Folge in diesem Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns in alter Frische und nächstes Jahr wieder. Frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.